Willkommen Reisende. Dies sind die Portal Koordinaten. Ich werde sie eingeblendet lassen etwas. Wenn ihr hier angekommen seid, befinden sich hier zwei Räume. In dem einen ist das Portal, in dem anderen ein Teleporter. Ihr benutzt den zweiten. Seid oben angekommen. Und habt hier wunderbar eine Atlas Station aus Glas. Einmal von außen. Ich hoffe sie gefällt euch. Könnt sie gerne besichtigen kommen. Viel Vergnügen. Wenn ihr mehr sehen wollt, gerne liken und abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.